Was soll ich hier erzählen? Wir sind hier bei der Ausscheidung des Besten Sommeliers Österreichs, der Österreich dann bei der Weltmeisterschaft in Japan vertreten wird, 2013. Wenn man sieht, wer von den Herrschaften der österreichischen Weinszene hier antritt, muss man sagen, die Creme de la Creme hat sich eingefunden. Das Niveau ist wirklich enorm. Und ich denke, dieser Wettbewerb ist wirklich zum Herzstück der österreichischen Weinkultur geworden. Es ist ein Grabmesser für alle, die wissen, dass sie schon einiges wissen. Aber es ist trotzdem noch mal eine neue Herausforderung, sich diesen Anforderungen, die internationales Niveau haben, zu stellen. Und es ist ein wirklicher Parameter für die eigene Standortbestimmung. Deswegen meine Empfehlung, gehen Sie hin!